Ja, niemand nervt dich. Ey, das könnten wir einfach als Alarm machen, wenn wir irgendwie dort desaktivieren. Gute Idee, können wir doch beim Tor machen. Ja, mach mal. Wir können es zum Tor mal als Alarmlage machen, aber das kann man nicht so weit hören. Baust du einfach unten drunter und dann baust du einfach immer wieder abwechselnd mit Skaggs und Sorshrika. So funktioniert das schon, wenn du es immer wieder abwechselnd machst. Wir können da so eine Western-Schaltung vorlegen und das löst dann so Droppe aus und dann können wir durch dieses Geräusch dann das auslösen. Da ist ein schöner Platz. Wir bräuchten definitiv einen Dropper. Sehr dringend. Bau aber erstmal so die Maschine hin. Dafür bräuchte ich aber mehr als nur so wenig Redstone. Ja, wir bauen auch einen Repeater. Ja, wir bauen auch einen Repeater hin, weil sonst... Paar mehr, ein paar mehr. Definitiv ein paar mehr. Das wird so krass, ne? So, die gehen alle schon mal raus. Ey, die hat... Das weiß doch auch schon jetzt jeder, weil die da sind. Ich brauche Redstone, aber das war alles in meinem Inventar. Bleib mal dort, ich werde mir also sonst etwas verhaben. Kannst du Tim schreiben? Der will uns doch nicht direkt das geben. Neun. Welche Höhe ist eigentlich hier der... Okay, es ist hier grundsätzlich auch für 63. Bedeutet also, ich muss mich hier ein wenig mehr runtergraben. Ich werde es einfach mal auch für 60 oder so machen. Dann haben wir auf jeden Fall genügend Reichweite. For a moment. Oh no. Wie ist das, ich denke? Ich müsste Trapdoor arbeiten. Ich weiß auf jeden Fall, wo ich bin. So. Dann müsste über mir höchstwahrscheinlich der Raum sein. Scheibenkleister. Was ist das? Ein Mattenschlamm? Ich habe jetzt einfach mal so einen Block nehme. Nö. Ich glaube, bevor ich überhaupt alles machen kann, muss ich hier einen Untergrund, einen riesen Umweg machen. Falls du jetzt irgendwie so einen Shriek gehören solltest. So, ich ticze dir jetzt einfach mal bestimmte Sachen. Hallo? Okay, auf dieser Reichweite geht es auch. Okay, ich kann... Warte mal, die Reichweite ist... Man hört ja nicht, was die Schritte bedeutet. Ich kann das hier alles besser platzieren. So, in der Praxis müsste es ja gehen. Du warst das Team jetzt aufgestellt. Bitte aber kurz nervig, okay? Das soll jetzt ein neues Frühwarnsystem werden. Wenn, falls irgendein Gegner oder vielleicht jemand am Tor ist, dann weiß man auf jeden Fall unten, dass jemand am Tor ist. True, das ist ja gut. Die Schäuben gehen hier so lang. Die lösen Würzelsignal bis ganz nach unten aus. Naja, wenn die Wäsche Entschaltung natürlich dann auch mitmacht. Was ist eigentlich in diesem Bunker drin? Ja. Das ist dieser Block da hinten. Da steht auch dein Name drin. Mit so einem Gang. Achso, der da. Ach das, ach das. Genau, genau. Das hat mir ein Pro-Gamer gemacht. Ah, falls du dich irgendwo zurückdippen willst. Genau. Das ist voll cool. Wenn man in den Gegnerre-Basen reingehen, kann die alle killen. Und wenn viele kommen, dann kann man die einfach wieder... Genau, beispielsweise. Oh Gott, wie ihr immer denkt. Ey, echt an Gott. Wie der Random Killer Laub, Tim? Äh, nee. Habt jetzt diese Vorrichtung nur das, was es verspricht? Naja, nicht richtig. Ernsthaft. Sky-Sensoren geben die Wand nur an den Kreicher weiter, wenn das Geräusch von einer Spielaktion... ...herrührt. Das kann nicht wahr sein. Wozu? Wozu hab ich mir dann die Mühe gemacht?